Ja, Mookie fragt schon wieder, wo wir hin sind. Ist ja nix markiert. Ich seh hier nix. Ich seh hier nix. Ja, ich seh grad, dass es nicht markiert ist. Wir müssen den Squad Leader abwählen. Nein, nein, wir müssen hier gar nix abwählen, der... Manno! Ich bin gestorben. Lieben Manne. Das war das. 1A, Mookie! Der war gut, ne? Ja, der war gut, ne? Juhu, und dieses scheiß Flutgebiet, Alter. Endgeil. Juhu! So geil. Ja, Ecke, Ecke. Ja, Moin, Ende, danke. Wie immer. Keines Dinger, keine Igler. Da haben die Helis wieder freie Fahrt. Freien Flug, meine ich. Freien Flug auf der Fluglobe. Ja, lass uns alle in Krieg. Lass uns alle in Krieg ohne Waffen. Juhu! Jeden Freitag und Sonntag, jeden Samstag gibt es 3200 Tickets. Sehr schön. Juhu! Schade, dass heute Donnerstag ist. Ja, ärgerlich. Aber, weil heute Donnerstag ist, haben wir trotzdem 3200 Tickets. Richtig. So, ich bin Pio. Na, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Battlefield 4 Online Multiplayer mit Diesel, mit Manne und mit dem Anne. Und Lady Kay ist auch mit dabei heute, aber leider hören wir heute Lady nicht. Vielleicht wird sich das... Leider, das weiß man noch nicht. Sag doch nicht sowas, Mann, du bist so gemein. Wer macht denn hier den Sunny? Ach komm, ich mach den Sunny. Ja, ich muss noch ein bisschen umstrukturieren. Gleich fällt der Ende um, dann hol ich ihn wieder, dann hol ich ihn wieder. Ja. Und ich komm auch als Sunny. Alter, da oben steht ein Sniper auf dem Dach. Ja, die stehen alle um im Dach. Ich habe mir gerade ganz andere Sorgen bei Bravo. Komm mal hier, komm mal hier. Wo ist dein Bravo hier? Ach, Charlie meine ich. Ich bin hinter Diesel. Oh, da ist Manne, dann ist gut. Ich gehe voraus, Mann. Sie sind da. Ich gehe voraus, Mann. Du bist safe. Da hinten seid ihr. Ich habe Manne bei mir, hier kann absolut nichts passieren. Ich habe die Kampfmaschine 3000. Ah! Oh! Wo? Der liegt ja direkt vor mir. Vor mir, vor mir. Oh, Mensch, das war doch ein Headshot, Alter. Nein! Nein, Messer! Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Ja! Hilfe! 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 ich habe hier warte mal nein da ist er schon auch hat mich wo admiral adonis 85 ja wer wer hat mich da reibt mich doch mit baby ein wenn er das machst du ich hab da ich hab da eben mal einen abgeknallt man er wollte sich da vorbei schlängeln so der kommander hat uns ein befehl er ist hier oben hier und auf der brücke rechts oder einer ja aber der kriegt ja richtig eingeheizter vom lv geil ja so bin ich so bin ich ich bin bei dir ich bin der mutter ohne spannung versteckt den ich mich müde pass auf dass ein sniper dahinten so schnell weg die ihren tod habe ich den ob ich den pass mal auf vielleicht den headshot um am mg war schon wieder einer da ist noch einer hier unten irgendwo im wasser habe ich auch ganz unbehelligt hier im gebüsch jetzt ist die hose nass hier mein gott ja die socken nass die stiefel nass hier ist die socken nass die stiefel nass hier ist ganz viel ich muss weg das sind drei mann einen habe ich fast getötet oder oder ein habe ich fast getötet alter wo da muss ich mal noch mal so eine mutilanz von hier draußen wenn er hier ansteht nein auch mal ich wollte hier wiederholen ach jedes mal dass ich mir da auch immer so extrem viel zeit lassen oh 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 irgendeiner muss leben bleiben hier ja ja sauber arschgeil gut ab zu c zu c ja ja ich bin runter gefallen wo bin ich denn da gespawnt du bist ja im wasser oh jetzt bin ich hahaha du bist auch runter gefallen ja ich bin ja runter gesprungen aber mann irgendwie der hat sich hier verirrt alter der snipe doch irgendwo was alter ficken doch alter hier unten schwimmt doch einer der schwimmt ach ne der läuft hier hoch wo ist er der kann so lange die luft anhalten wie ein apnoi taucher wie wer apnoi taucher hier 200 meter ich bin schon wieder runter gefallen ja genau und jetzt wurde ich natürlich im wasser ja wo häng ich denn hier ja wie ihr sicherlich schon gesehen habt ich spiele heute die ar 160 und zwar nubwaffe ne ich finde ach ja ist ne nubwaffe hast recht oh oh ich hoffe das hat keiner gesehen oh ich bin mir noch nicht so sicher ob die sks die richtige wahl ist für heute ich muss mal rüber schwenken zum pio nein zum pio nein aber ja da haben wir aber keinen sonnen so wollen wir denn hin hier ja was ist denn hier mal mit ansage hier ja im 10 ne muka ja muka ja muki fragt schon wieder wo wir hin kommen ist ja nichts markiert ich seh hier nichts hä ich seh ich doch grad ja ich seh grad das nicht markiert ist wir müssen den squad leader äh abwählen nein nein wir müssen hier gar nichts abwählen der ja ich bin gestorben lieben manne ja das war doch geil ja der war gut oder der ja so muss das baby schön am besten am besten ihr lauft in alle in alle hin alle himmelsrichtungen hier damit ich äh wenn der was willst du hier schießt doch meine Freunde oder oder ja und dann stehen alle in derselben Ecke eine granate auf Wiedersehen eine granate und alles passt nee das hat grad ganz böse wir machen das jetzt auf dem kleinen dach wir machen das jetzt ich geh jetzt hier rechts rum stürm hier mit manne den mann hinter dir da kommt einer ja ich hab ihn hier sehen alter jetzt noch einer irgendwo da ist er hab ich oleee wir fahren nach Barcelona ole 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 naa fälter wie so ne alte Birne vom Baum fälter hin nja wow sniper auch wiedersehen nicht eine kugel sind auch da der so armselig kappen weggegangen und also die ar 160 gefällt mir mehr und mehr muss ich sagen diesel ist ja ja was ja ein typ liegt dahinten wo ich gestorben bin der liegt da auf dem rand des daches und das kommandoboot steht da uns da hier ist irgendwo einer getaucht gerade ja der ist hier unten auch noch mann franz hacker alter ich verfolge den aber ich weiß nicht ja ich würde den noch verfolgen oh alter ich hab ihn und seine sehr schön oh von oben von oben von oben irgendwas sniped irgendwas ich muss hier weg war irgendwie zu spät gerade irgendwie ok ja ich bin umgefallen da warst du auch schon in seinem feuer geschehen quasi quiza oh alter wo er lohnt sich ja nicht mal ein LRV zu holen hier aber wenn der schwimmt da bin ich echt zu fluschen nein unter mir oh bitte danke ja ich hab den Typen sogar direkt gekillt wah 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 dann haben wir haben wir irgendwie nix gegen Dings hier gegen Dings gegen Dings hier gegen Dings hier gegen Dings gegen Dings ja ähm ja richtig da ist noch eine Stormbarke die steht da einfach ja warte mal hab ich gerade gesehen aber da ist irgendwie noch Feind unten ja unten dann lass doch mal runter springen da Mucki komm Attacke meinste ich opfer mich hier ist er auch noch hier da kommt einer hoch wo alter ich hänge hier an der Treppe fest Hilfe eine hängt jo jetzt gehen wir da ich hab's geschafft ja natürlich und von oben ne Diesel der ist da oben auf dem Dach ja ich hab's gerade gesehen oh Granate geworfen jetzt kriegt er nein ich hab ihn jetzt ist er tot Hilfe jawoll danke diese noch gekriegt mehr ich hab's pasta ich brauch jetzt aber auch noch höll ich angehen man nan wie viel dicen man 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 man. σας kommen man 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 man. Nein, don't do it, don't do it, don't do it, I'm a virgin, no, no, I'm a virgin, jawoll, Multikill, ihr Lappen, man, ich komm da hin, der sitzt da rechts, rechts in der Ecke, unter dem Gerüst, der Baugerüst, ja, spring nochmal, das ist ja alter, wer hat denn Munition, wer hat denn Munition, hinter mir, hinter mir, ich nicht, da ist noch Feind noch, Mann, ich komm, Mann, ich komm, ja, Muggi liegt ja auch, ne, naja, Mann, ich hab dich nicht mehr gekriegt, Muggi, Mann, ich hab dich nicht mehr gekriegt, Muggi, wer ist denn HZ, wer ist denn HZ von uns, Mann, Muggi, oh, gut, witz, ach ja, dumme Frage, das Boot steht unten bei W, das steht bloß rum und wartet, bitte hilf mir nicht, ich bin runtergefallen, Alter, mit den Crews, Missallion, Alter, was mit dem, geil, ich lebe, ja, ja, Er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, da sind drei Leute, jetzt lebt er nicht mehr, nein, der von wo, hinter mir, oh, Jesus, Walida, alter, der holt sich alle, jetzt wird nur ein T-Bag, Alter, von der Schmuchtel, Alter, was wir, ne, ja, jetzt war ich so gerade in Form, so richtig schön, ne, Boah, er liegt hier unten im Treppenaufgang, direkt vor dir Oh, die sind alle, ne, ach Quatsch, was ist ein Kräse, mit dieser SIR 21, ich weiß nicht, wie Leute damit spielen können, aber man geht stumpf drauf bei dem Ding, ach, natürlich, oder? Hm, das natzt mich ja schon wieder, ne, dieses, hm, das natzt mich schon wieder, das natzt mich, was natzt dich nicht, hm, was natzt dich nicht, was natzt dich eigentlich nicht, was geht dir bitte nicht aus? Gute Frage, teuer, junger Mann, Herr Präsident, oh, ich werde beschossen! Ja, 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 haben sie mir jetzt mein Fahrrad geklaut, aber ein Kumpel von mir sagte, mach dir keine Sorgen, kommt Zeit, kommt Rat, Alter, das ist doch nicht wahr, geradeaus, Diesel, ich brauche Hilfe, Ja, ich bin doch hier, Stote, Hilfe, ja, hinter dir, Ach, ja, sag das doch, dass du hinter, dass du liebst, Ja, hab mich doch hinter, hab mich doch hinter, Ja, du, du brauchst Hilfe, Alter, ich wünsche mir ja in der gleichen Ecke, Alter, Alter, irgendwas, Alter, jetzt reicht's, Alter, nach vorne, echt, Ich kauere mich doch hier nicht in der Ecke zusammen und warte, bis ich mich mal irgendeine scheißverierte Kugel wegholt hier, Ach, ja, genau, das ist ja, bla, 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 hallo, ich lieg hier bei Bravo, hallo? Ja, ich muss erst Ende helfen, hallo? Ich muss erst Ende helfen, keine Zeit. Danke. Und hier ist doch noch irgendwas runtergefallen hier. Munition wäre jetzt mal langsam geil. Das war unser hier. So langsam wäre Munition geil. Munition! Alter, Lady, weil der, da komm ich doch nie hin. Lady da oben, ey, da komm ich nicht hin, Lady. Das ist leider... Boah, das Boot schon wieder, Alter, der steht nur da unten. Die ganze Zeit. Ja, dann geh doch da nicht hin. Ja, mit seinem... Ne, ich steh doch los und will die Flagge einnehmen, dann mach ich doch gar nicht. Da musst du in Deckung gehen, Alter. Ja, ja, Mann, er schießt auf dich, Alter, kann ich nix machen. Ach, da steht noch einer in der Ecke. Ach, da steht noch einer in der Ecke. Ja, Jesus, du Gammelhorst. Sans auf aller Tonnen. Sausig, die. So, der, der repariert hat, ist tot. Ja. So, warte mal. Oh, ey, hilf, ich bin tot. Warte mal, aber A, W, C haben wir jetzt, da? Ja, liebes Dieselchen, bitte helf mir, liebes Dieselchen. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich hole ja alles. Ja, wo sind die? Hauptsache, sechs Kügeln vorbei hier, du Lappen. Jaaaa! Oh, die kommen ja alle von Nächsten. Nein, Mann! Liegen sie doch wieder auf dem Dach oben. Komm, Enne, Tarres Kurz. Komm, Enne, komm. Hast dir so gedacht, wa, du Pimmelnase, Alter? Pimmelnase. Pimmelnase, wie sieht denn jetzt eine Pimmelnase aus? Stellen wir uns jetzt mal vor. Oh, wollen wir jetzt mal vor. Schöne, schön gedanklich ein paar lustige Bilder malen. Ich kann dir sagen, wie der Schwanzkorb aussieht. Da musst du bloß Tony Blair angucken. So. Ich hab Captain Crazy getötet. Oh, Crazy. So, Jungs, mach mal Pause, Papa macht das ja eben. Oh, natürlich. Von da unten. Hat er mich im Vorbeigehen geholt. Ist es in Sanne in der Nähe? Ja, aber ich muss erst aufräumen, ne? Nee, das ist in der Nähe. Ich hab' ich nicht mehr. Aber ich hab' beide geholt. Alter. Alter, was? Da oben ein Sniper, ne? Bestimmt. Wo? Wo? Ach, meine Fertikiste gar nicht hier. Nö, nö. Hat mich jetzt schon die Freude hier gleich... Ah, weggebummst die Jungs, Alter. Woher kommt? Ich glaub, Diesel, da kommt irgendwas zu dir hoch, da hinten. Ich muss erstmal den Gunner aus dem Boot. Ohhhh. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal, ob hier was hochkommt. Der ist an diesem Aufgang hinten, weißt du? Ah, jetzt ist er tot. Ach. Ist ein Chaos hier. Ja. Ist ein bisschen Matsch hier gerade. Ich guck mal hier... Oh, wer hat hier ein Boot? Anne. Wer hat das Boot? Ne, wir fahren nichts. Soll ich mit Reparaturtool kommen? Ne. Quasi mit dem Hair Repair Programm? der ist auch über alle spitzen abgebrochen visiert uns an hier ich repariere aber den typ den ich reanimiert habe der hat sie alle weg gemacht obwohl ich eigentlich kann ja nicht machen ich guck genau zur falschen seite heraus ja ich repariere ich bin immer fleißig aber es wäre gut wenn du in bewegung bleibst und schneiden sie mich hier weg naja ich fahre das ding noch gar nicht alle bewegte ich tut hinten gesichter der fährt doch der andere knechte ding motivationsbrause auch man wo denn ich gehe raus ich nehme mein schicksal selbst in die hand ja shorty wer ist er denn baxi 1960 ich möchte gerne noch mal die steps sehen leute ich höre euch nicht auf war ja ja doch 26 14 der diesel 13 7 ende 18 14 manne 14 11 und lady auch positiv guck mal ey sobald lady wieder da ist da spielt der eine ein traum spiel wieder ja 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 kommt klar ja das war ein tolles spiel hat uns spaß gemacht mal eroberung auch mal flutgebiet nicht immer nur team deathmatch schön dass auch lady das lady wieder dabei war ich sage danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss dankeschön